Musik Jo liebe Freunde, ihr wundert euch wahrscheinlich, dass heute keine Community Games erscheinen. Das hat leider damit zu tun, dass wir eine kleine Audiodatei nicht gefunden haben und etwas länger auf dem PC herumwühlen mussten. Das war freundlich der Hörte an. Deswegen erscheint diese Folge erst nächste Woche. Welche auch der grandiose Abschluss der ersten Season der Community Games sein werden. Natürlich werden die Community Games wiederkommen. Die Zeit werden wir nutzen, um neue Videos für euch zu produzieren. Denn wir haben richtig geile Ideen im Kopf. Außerdem ganz interessant für euch. Unser guter Freund der Sven hat uns seinen TeamSpeak Server zur Verfügung gestellt. Danke Sven. Ja, danke Sven. Danke Sven. Und einen Channel für uns eingerichtet. Den Link zu Sven's Kanal findet ihr übrigens unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr Bock habt, kommt doch einfach mal auf den TeamSpeak Server. Vielleicht findet ihr wen von uns davor. Dann können wir ein bisschen quasseln. Über Community Games Ideen. Über Game News. Wer weiß. 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 Die Serveradresse findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wir freuen uns also auf nette Gespräche mit euch. Auf die letzte Folge der Community Games der Season 1 nächste Woche Sonntag. Und auf Dienstag. Denn da sehen wir uns spätestens wieder bei unserem neuen Triple D. Das Dienstagding. Oder wie gewohnt am Donnerstag bei den Game News. Bis dahin, euer Buddy. Und mal Katze aus. Was? Ne, das schneide ich raus. Okay. Ja, Mann. Ich bathe nicht.